Anna! Kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Hast du einen Moment? Natürlich. Ich zieh dir das an. Was ist das? Ein Sheng Bao. Oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Pfeil am Seil, gefällt mir gut. Ich schau Juno Skaten. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das, was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl. Connor, pass auf. Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann suche Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du denn getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegswein in der Wahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Baum? Oh, schickes Tomahawk. Das hat die Form des Assassinen-Zeichens da. Das ist cool. Das ist neue Aufrüstung für das Schiff beim Schiffhändler verfügbar. Okay, ich muss mich hier sowieso mal ein bisschen umgucken. Ich will hier mal kurz rein. Wegen Weilgeld. Genau hier. So, Lager. Was haben wir im Lager? Okay. Na, also geht doch. Herstellung. Alter, jetzt erklärt er mir hier alles. So. Okay, wir bauen Fässer. Okay. Ich wollte eigentlich... Was haben wir denn? Eichenrinde, Holzkohle... So. Ich will mal ein bisschen hier gerade handeln. Angegriffen, Landkonvoi. Klasse. Okay. Super, und jetzt? Ich habe bisher nur den einen. Was kann der denn aus? Holzkohle und Holz... Kann er gar nichts machen. Okay. Gut, lassen wir das erstmal noch. Was können wir bei ihm hier? Enzyklopädie des einfachen Mannes. Ach, das ist wieder... Ich glaube, dass die Zeiten, in denen... Äh, Siedler hinzugewinnen. Mhm. Wie auch immer es ausgeht. In Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten. Ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit. Um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Okay, und wobei? F halten, um Einwohner... Okay. Achso, die Einwohner muss ich analysieren. Okay. Kriech ich hin. Kriech ich hin. So, da ist ein Schnellreise-Ding. Ich will mich mal kurz hier erkundigen auf der Karte. Hinkebein-Missionen, Hafenmeister, Minispiel, Herrenhaus, Schnellreise, Siedlungsmission. Setzen wir dahin doch mal die Markierung und schauen mal, was wir machen sollen. Das finde ich aber nicht nett hier in meiner... Achso. Nee. Was passiert? Mhm, laden. Ja. Sieht doch gut aus. Okay. Achso. Mhm. Ah, hier geht's direkt durch. Gut. Aha. Alleine eben kann man angestratzen und dann... Ah, erstmal abstützen. Ach ja. Mhm. Warum hat sie einen Hochsitz? Wenn sie nirgends so wirklich wohnt. Okay. Wurrfeil. Ja, erreichen wir ohne Probleme. Zack, Alter. Ich finde das richtig geil. Mit den Bäumen hier. Oh, fett. Oh, fett. So. Hier geht's direkt weiter. Okay. Okay. Hammerfett. So, Hochsitz erreicht, würde ich mal sagen, was? Okay, Moment, halten Sie bei einer Zielperson Kuh gedrückt? Ah, das finde ich nicht nett Ey So, erstmal Kuh halten Kuh nach oben bewegen Wie geil Wie nice ist das denn, ey, das gefällt mir Komm, das machen wir mit dem da auch noch Juhu Alter, damit werde ich noch meine Freude haben So, wenn die das hier schon erlegt haben, die Tiere Dann hole ich mir natürlich gleich das Fell, ne? Biberzahn Okay So, einer bleibt noch Aha Aha Haha, wie er mich nicht gesehen hat hier Oh Was geht da ab? Doch noch mehr? Hallo Zack Oh Na wohl ja Bam, bam, bam Alter Schwede Ach ja Wie die jedes Mal hier aufs Maul kriegen und das nicht dazulernen Schön Okay Okay Wer ist da? Hey Wo seid ihr Freunde? Die sind ein bisschen tot Du schießt im Breite auf Bremse Ist das üblich bei der Jagd, da wo du herkommst? Nein Ich verschone mich Na los Erzähl deinen Freunden, was hier passiert ist Ja Schön immer einen am Leben lassen, um Panik zu verbreiten, was? Hier kann ich hoch Juhu Alter, das wird mir nie langweilig werden, glaube ich, durch die Bäume zu laufen Niemals Niemals So Und da sind wir auch schon wieder zurück Schön Okay Ich guck dann gleich mal, was es für Upgrades für das Schiff gibt Und wie teuer die sind und so Je nachdem Werde ich es dann holen oder später oder Mal sehen, was es überhaupt für Upgrades gibt Es ist kein Geheimnis, dass das Land voller Wild ist Auf meinem Weg, mir die Jagderlaubnis zu holen, bemerkte ich die Einbringlinge und ich Schlug ihnen vor, dasselbe zu tun Die Früchte des Waldes sind nicht mein Besitz Es steht dir frei, hier zu jagen Doch es wäre gut, deine Überschüsse mit den anderen zu teilen Nun gut Einverstanden Schön, schön Pelze, Kräuter und andere Jagdwaren stehen nun bei Miriam zur Verfügung Cool Schön, schön So Hinkebein-Mission Hinkebeins-Klunker Hinkebeins-Klunker Ich weiß nicht, was Hinkebeins-Klunker da sein soll Na egal Erstmal mache ich mich hier Ja Komm, mache ich mal hier Hinkebein-Mission, ne Schadet wohl nicht So, Moment Wie war das hier? Bei den Dorfbewohnern Die konnte ich doch irgendwie hier Siehst du was? Okay Hängen? Ne Das will ich nicht Ah Sehr schön Das hätten wir Wow Ein klein wenig knapp Okay 300 Meter Kein Problem Oh yeah Oh, was haben wir da für ein Tier Oh, ein Elch Cool Oh, verdammt Alter Schwede, das Vieh greift mich an Nein Nein Zack Bapiti Okay Okay, fettes Tier Ich hab's erlegt Ich hab's erlegt Oh, das Geweih Das wird sicher auch einiges wert sein Ich glaube, Fell ist sowieso am meisten wert Ich bin mal Oder ich werde wahrscheinlich mal demnächst googeln Ob man das nur verkaufen kann Oder auch irgendwie was damit herstellen kann Oder auch irgendwie was damit herstellen kann Später oder so Ne Hui Schön Oh ja Und mit dem Schiff werde ich auch nochmal unterwegs sein Auf jeden Fall So Du bist nicht hinkebein Du willst nur spielen Hier, da haben wir ihn doch Was hast du denn zu sagen, Alter Du schaffst mir die große Ehre, Käpt'n Du sprachst von Briefen Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich